Ist das erleichternd, wenn man das abgeschlossene Schießübung hat? Das gehört dazu. Ich meine, mir macht das Spaß. Ja, macht das Spaß? Auch wenn man hin und wieder vielleicht an den Ernstfall denken muss? Ach, da darf man nicht ständig drüber nachdenken, sonst passiert es auch irgendwann. In weniger als einer Stunde hatten wir jetzt zum Beispiel zwischen drei und vier Uhr fünf Raubüberfälle. Also vier davon auf Straße, eine in der Wohnung. Wir haben auch Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Und als Trauriges und Highlight diese Nacht hatten wir auch noch einen Tötungsdelikt. Ja, der Volker Ahrens, hallo. Ich habe gerade die Verbindung zu deinem Kollegen verloren, aber das macht ja nichts. Dann kann ich eben mit dir sprechen. Die verletzte Person hat zwei Stichverletzungen in der Herzgegend beigebracht mit einem Küchenmesser. Klingenlänge ca. 25 cm. Ist wohl reanimiert worden, wie es hier auch ist, also tatsächlich vom Tötungsdelikt auszugehen, zumindest mal vom versuchten Tötungsdelikt. Also hier in so einem Brennpunktbereich wie Mechenich passieren natürlich mehr Straftaten. Quer durch die Bank. Das ist natürlich schon extrem erschreckend. Also bei mir ist das so, bei ganz prägnanten Geschichten, das kommt schon mal wieder. Wenn da so ein 19-jähriges Mädel liegt mit durchgeschnittener Kehle in einer riesigen Blutlache. Die ganze Wohnung sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Diese ganzen optischen Eindrücke verbunden mit den Gerüchen. Das dauert eine Weile, bis es wieder los ist. Aber ich meine, ich habe jetzt 30 Dienstjahre. Man lernt natürlich auch im Laufe dieser Zeit, sich von gewissen Dingen so ein bisschen zu distanzieren. Was mich persönlich immer noch berührt, auch nach jahrelanger Polizeiarbeit, wenn Kinder betroffen sind. Es gibt natürlich tragische Fälle. Aber wie gesagt, ein Vordergrund ist letztendlich die Tatortarbeit, beziehungsweise die Polizeiarbeit vor Ort. Und wenn man alles und jedes mit nach Hause nimmt, irgendwann stumpft man auch so ein bisschen ab, das muss man einfach sagen. Das klappt auch nicht immer. Manchmal trägt man auch was mit sich rum, ohne dass man es weiß. Und das macht einen dann manchmal vielleicht reizbar oder weniger geduldig. Man ist vielleicht nicht mehr so nett, wie man gerne wäre. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, es hält einem selbst nicht auf. Das kriegt man immer erst von außen gesagt. Da muss man jemanden haben, der dann die Uhr mal wieder richtig stellt. Aber emotional füllt das den Akku auf jeden Fall wieder auf. Zwischendrin gibt es ja schon mal so Momente, wo man im Dienst denkt, ich habe wirklich keine Lust mehr auf diesen Mist. Die Arbeit ist immer die dunkle Seite vom Boden. Und hier sehe ich mal ganz normale Menschen und kann mich mit denen unterhalten. Ab und an hört man neue Leute kennen. Dass diese Arbeit nicht den Rest des Lebens bestimmt. Weil sonst gehst du dran kaputt.